Hallo Leute und ähm ja ich habe für euch ein kleines Video unter der Darkerion von Exit Ravens ist auch dabei. Ja servus. Und wir haben gerade eben in einer Capture the Flat Lobby einen Hacker gefunden. Guckt euch mal an wie er schon durch die Wand anzieht in Black Ops 2. Guckt euch das an. Oh mein Gott das ist so peinlich. Ja hier der Junge. Oh Gott. Der Typ heiler. Er richtet ein No-Hill. Er widert mich richtig an. Hast du eigentlich gesehen wie viel in den Black Ops 2. Ja Junge heiler Black Ops 2 vor allem ne. Ja. Da hab ich ihn geklebt. Ich hab ihn gesagt. Er war so ein Lapp noch. Selbst mit Aimboot könnt ihr nichts treffen ne. Ja. Er blendet sich gerade selber als das Opfer. Und ähm. Er war schon 15. Warte was wollte ich jetzt sagen. Hast du eigentlich gesehen ob er Nuklears schon hat? Nö. Hat keiner. Ok. Ich zeig euch gleich noch was ist das von den Typen. Jetzt setzt er jetzt eine Vito ein. Egal. Wir gehen jetzt kurz raus aus dem Video. Ich hab die Szene hier. Hm. Ich hab die Szene hier. Warte wo war'n der. Da. Elfer. Elfer. Elfer KD. 200 Kills. Knapp. Also fast 700 Punkte pro Minute. Ähm. Zwei Mal ist die Gruppe los. Na 40er Prezi mit der Amateur 1. Hier geht's ja schön. Alles anschauen. Selbst von dem Hacker ist er ziemlich schlecht. Ja. Ja. Können wir eigentlich ja sagen. Genau. Spielerkanal. Genau. Er hat FFA gespielt. 30 zu 3. Na das gucken wir uns mal gerne an. Ich reporte ihn einfach nochmal gleich. Bringt zwar nichts aber. Ah hab schon gemacht. Ah. Für'm Starten. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Hm. Das hat dich aber halt nicht erwartet. Ich bin voll enttäuscht. Wo ist der Typ? Da. Oh mein Gott. Ich spür's dir ein bisschen vor Leute. Das ist. Oh guck dich das an. Wer schon die Wand hier anzieht, Alter. Hm. Oh Gott. Wie er mit Sniper da noch. Wie er denkt. Das müsste ihm aber echt Spaß machen, dem Opfer. Und der hat den. Dings. Wie ist das? Im Clantic Sound drin. Ja das ist jetzt. Ist eh. Mal schauen, Alter. Mal schauen, Alter. Er macht aber. Ne, zwei gar nicht. Ich dachte nur, er macht Headshots. Er kann auch mal was machen, Alter. Er hat Wallhack. Er hat alles. Trotzdem braucht er so lange. Was ist denn los mit dem? Mann. Jetzt bist du tot, du Opfer. Und du nichts kannst, Mann. Okay, wir springen mal ein bisschen weiter vor, Leute. Der Typ langweilt mich. Guck mal wie schlecht er ist. Trotz Hack ist er so schlecht. Das ist eigentlich richtig. Das ist eigentlich richtig. Leike Schande, Alter. Oh Gott, wie. Oh Gott, wie das. Oh Gott, wenn ich das sehe. Mir wird schlecht. Okay, Leute. Du hast es gesehen. Gut. Ciao dann.